Hey Leute, willkommen zu einer anderen Folge von Minecraft 1.9 und ich hasse die 1.9 und ist das um Gottes Willen ein Hakenkreuz? Also von eben sah das so komisch aus. Und der einzige scheiß Server, der darauf geupdatet hat, ist PlayQCraft.net und ich hasse die 1.9 und das nochmal zu betonen. Yo, was hat der denn für eine Lootgeschwindigkeit? Junge, das hier ist ein No-Skiller-Server. Hier darf keiner irgendwelche Geschwindigkeiten haben. Höchstens das Ding beim Nachziehen. So. Warte, ich loote alles außer das Beste. Alles klar und sorry, wenn man im Hintergrund irgendwas hört. Es kommen immer so schlaue Leute auf die Idee, wenn ich sage, ich mache eine Aufnahme, einfach eiskalt mal zu saugen. Ich weiß nicht, wer das ist. So, ich hasse die 1.9 und ich weiß nicht, warum ich hier drauf spiele. Ich spiele wahrscheinlich einfach nur drauf, weil ich keine Hobbys habe oder weil ich, ja, weil ich halt keine Hobbys habe. So. Und ich hier dieses ganze Nachziehen. Sag mal, wer hat sich das denn ausgedacht? Denjenigen sollte man denn umbringen? Wir könnten nochmal das PvP-System verändern. Ich meine, ist ja nur so, seitdem Minecraft am Anfang entstanden ist. Manchmal muss ich echt sagen, es regt mich auf. Es regt mich auf, dass man Minecraft kaputt macht. Ich meine, warum? Warum machen die das? Wollen Attack Damage macht das Ding? 4,1,6. Was? 1,6. Angriffsgeschwindigkeit. Gut. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo wir uns jetzt noch eine Kiste gönnen können. Wir könnten uns den da vorne gönnen. Mach das auch. Zack. So. Okay, manche wissen es vielleicht noch nicht, dass das auf dem Server irgendwie aktiv ist. Ich habe jetzt gerade gegen mein Handy gestoßen. Alles klar. Das ist vielleicht vorteilhaft, aber es steht ja nur ganz groß am Spawn. 1.9. Fick dich. Du hast vergessen, wie das PvP-System geht. Komm, 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 komm. Alter, und jetzt rennt der 10 Stunden weg, bis dein Schwert aufgeladen ist, oder was? Boah, ich kann das auch. Muss ich mehr Pfeil ab. Zack. Und deswegen spiele ich auch übrigens nur mit dem Standard-Texture-Pack. Nein! Loll, halt's ob. Loll. Und das Einzige, was wir brauchen... Ah, nee. Wir haben welche. Hä? So. Alter, shit. Wir haben kaum Herzen. Hier gibt es ja keinen Regenerationseffekt. Tolle, tolle Server. Update auf die 1.9. Habe ich mal ein Regener... Was kommt da gleich? Ich sehe nur, dass da ein Countdown runterläuft und ich kaum Herzen habe. Jetzt habe ich voll life. Alles klar. Oh, nö. Das ist schon das Deathmatch. Ich gehe auf Bo. Der ist verzaubert einfach mal. Ich gehe auf den da. Du verpiss dich auch mal schön. Und währenddessen haben wir keinen Lapis Lazuli. Und deswegen... Boah, fuck. Boah. Ja, der eine hält sich schön raus aus dem ganzen Fight. Und jetzt kommen wir dazu noch abstorben. Pff, fick dich. Boah, ich spiele wie eine No-Hand. Naja, hier in dem Modus ist man ja wohlmöglich auch eine No-Hand. Guckt euch an. Die haben geteamt, als ob. Nicht der Ernst. Jetzt kämpfen die. Ja, wow. Äh. Bad Game. So. Wir gehen jetzt mal weiter. Und machen gleich noch eine Runde. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis klar. Hey, Leute. Willkommen zurück zu 1.9. PvP. Und ich habe immer noch keinen Bock. Ich hasse das immer noch. Und ich habe immer noch keinen Drang. Äh, keinen Dingens. Keine Dingens ausgewählt. Also, den hier würde ich mir ja nehmen. Aber mittlerweile bringt der auch nichts. Deswegen würde ich mir das hier vielleicht holen Tarn. Haben wir hier irgendwo Kissen hinter uns? Nein, natürlich nicht. Guckt den euch an. Der ist ein Opfer. Also, wichtigste Waffe. So. Dann werfen wir uns schon mal noch da drüben. Wir müssen nicht über den ganzen Scheiß klettern. So. Zuck. Natürlich finden wir hier keine Kisten. Die sollte es auch anders sein. Wir haben nur ein behindertes Schwert. Was keiner hat mag. Ähm. Was ist das für eine Map? Ich kenne die nicht. Also, ich kenne allgemein ziemlich wenig auf Q-Craft. Daher. Juckt mich das nicht. Nicht wirklich. So. Hä, wo ist denn hier verdammt nochmal eine Kiste? Ah, hier ist eine Kiste. Oh, ich glaube, die macht sieben Angriffsschaden. Geht euch vergraben. Wie OP ist denn bitte schön so eine... Wie soll denn dein Waro aussehen? Mal ganz ehrlich. Ihr macht euch eine Holzachse und könnt genauso viel Schaden machen wie mit einem Dierschwert. Ich frage mich, was haben die jetzt mal ohne Scheiß? Was haben die sich dabei gedacht? Was haben die sich dabei gedacht, wie die das entwickelt haben? Das ganze PvP wird, wenn irgendjemand darauf updatet, einstürzen. Ich meine, Q-Craft juckt in Deutschland eh kaum jemanden. Weil das ist eh so ein Server, wo du einfach nur aufnimmst, wenn du ein paar Leute killen möchtest, weil das ein No-Skill-Server ist. Und das sieht man allein daran, dass die schon wieder geupdatet haben auf die Kacke. Sechs Angriffsschaden, sieben Angriffsschaden. Das ist nicht zu fassen. So, gönnen wir uns jetzt mal das hier. Oh, ich muss auch gleich schon weg. In einer Viertelstunde, Praktikum und so. Und dann muss ich gleich weg. Heute bin ich nicht mit dem Bus gefahren. Deswegen bin ich... Kann ich jetzt auch noch was aufnehmen? Das wird aber trotzdem nicht online kommen, weil ich die ganze Kacke noch schneiden muss. Und bearbeiten und rendern. Und bis das Ganze fertig ist, wird das nie im Leben in einer Viertelstunde passiert sein. Alter, bitte eine Prost. Danke, lieber Gott. Danke. Von wem wurde ich gerade angegriffen? Und wer war so blöd und schießt mich bitte schon mit Pfeilen am Stock direkt auf mich zu gehen. Oh Gott, der ist gut. Was? Lecken. Behindert. Die Team. Alles klar. Team, die... Hä? Hat er sich einfach auf die andere Seite geportet? Achso, ja. Ich habe ihn schon gefragt. Und zwar gute Quirze. LOL. 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 Wir haben ihn einfach getötet. Also, die 1.9 ist die beste Version, Alter. Wir sind voll gut. Aber irgendwie ist dieser Kill nicht so was wie ein Kill in der 1.7. Das PvP ist langweilig und verdammt nochmal bei mir ruckelt Minecraft. Von den FPS gesehen nicht, aber allgemein ruckelt es. Das ist ein bisschen nervig. So. Ja, wir sind relativ gut equipped. Pff, jetzt sind wir so equipped wie eben der Typ. Nur wir haben keine Eisenschuhe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, finden wir noch. Wir haben noch. So, könnten wir mal so langsam ins Deathmatch, weil ich muss gleich weg. Und das ist vielleicht problematisch. So, komm, wir rennen jetzt mal hier irgendwo rum. Kommt schon. Hallo, findet uns mal jemand. Ich muss gleich weg. Jetzt mache ich einen auf Concroft, einen Varro und verreckt gleich einfach so. Hier, guck. Sieben Angriffsschaden. Ich bezweifle, dass Varro oder so in sechs Minuten. Okay, eine Viertelstunde habe ich noch Zeit. Dü, 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 dü. Die können ja keine Sache machen, wo die am Anfang eine Holzsack craften und dann haben sie mehr als ein Dierschwert oder genauso viel wie ein Dierschwert. Das ist ja, es geht einfach nicht. Sagen wir es so. So, hier tun wir mal ein bisschen Scheiß rein. Na, da hinten ist nichts mehr. Die haben aber leider schon alles. Das ist das Problem. Wir beziehen schon mal unsere Waffe, bevor wir nachher komplett versagen. Hä, wo sind denn alle? Was ist das denn? Ich finde die nicht. Ich hasse 1.9 PvP. Ich habe das jetzt einfach nur mal gespielt, um euch zu zeigen, wie scheiße das ist. Da drüben ist einer. Und wie sollen wir jetzt bitte schon da hinkommen? Was war das denn für eine Enderperle? Die war noch beschissen als... Zack. Immer noch stehen. Wie viel fachiert man denn, bitteschön? Oh, moin. Ja, nice. Oh Gott. Oh, wir gehen gar nicht so scheiße mit dem Ganzen um. LOL. Und wir kriegen ihn wirklich. Easy. Oh, die ja Schuhe. Die müssen wir haben. Da haben wir sie. Boah, wie OP-equipped sind wir denn, bitteschön. Hier gönnen wir uns jetzt noch den Drang. Alter, wir sind richtig gut equippt, Leute. Ich meine, klar, wir haben eine Holz-Axt, aber die ist ja richtig OP mittlerweile. Oh Gott. Oh Gott. So. So, wie viele Spieler sind denn noch drin? Ich muss nämlich regenerieren. Oh, scheiße. Das geht los. Ähm, das ist jetzt vielleicht problematisch, weil ich keinen Bogen habe. Ich habe den Bogen nicht aufgesammelt. Aber ich habe so viele Pfeile. Oh. Drei Spiele, alles klar. Wieso wurde ich denn bitteschön getargetet? Die Team. Nice. Nice Team. Nö, sehe ich gar nicht ein. Wieso sollte ich jetzt nichts machen? Ja, genau, dann teamen die einfach. Ach, fegt euch doch. Ja. Team gebannt. Du verpiss dich da mal. Zack. Lol. Zack. Bam. Komm schon. Jetzt noch gegen die Teamer gewinnen. Komm. 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 Geh doch. So, den ziehen wir dir noch über. So. Boah. Ne, ich habe, glaube ich, Pink-Probleme. Das ist mein Problem. Yes. Da haben wir es. GG gewonnen. Gegen Teamer einfach mal. Naja. Ähm, Leute. Ich hoffe, es hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich weiß, die war jetzt ein bisschen kurz. Aber ich muss jetzt auch schon weg. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr solltet nicht auf den Server kommen und es testen, weil es war für mich einfach kein wirklicher Sieg. Es war einfach so, es war traurig. Es war kein Sieg. Ich weiß nicht warum, aber man fühlt sich einfach so. Okay, man hat es gewonnen. Die zweite Runde in 1.9. Aber irgendwie ist das ein No-Skiller-Server und die Version ist einfach No-Skiller-Richt. Dafür brauchst du keine Skills, um da zu schlagen und wegzurennen. Sorry, aber ich verstehe es nicht. Naja. Ähm, trotzdem hoffe ich, euch hat die kleine Folge, meine Meinung, zu 1.9 gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao.